Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich hier für euch in Battle for Essos unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren, beziehungsweise ich wollte euch einen Teil von dem Achievement zeigen. Es geht nämlich um Greas letzte Opfergabe. Das ist ein Schatz, den man als Allianzler bis vor ein paar Tagen nicht erhalten konnte, da es ein bisschen was rumgebuggt hat und Blizzard hat es jetzt endlich entbuggt. Und zwar ist es ein Teil vom Schätze von Vuldoon. Und dazu musste man hier in die Pyramide rein, wo bei der Allianz eine Wand war, beziehungsweise, ja, so eine Rune quasi, die das hier versperrt hat und man nicht rein konnte. Ich habe mich mit der Dunkelmond-Wippe reingebuggt und selbst mit dem Reinbacken konnte ich diesen Schatz nicht aufmachen. Als Hortler hat man einfach eine Questreihe für machen müssen. Und jetzt kann man als Allianzler hier ganz normal reinlaufen und quasi sich den Schatz holen und dementsprechend auch endlich das Schätze von Vuldoon Achievement abschließen. Und ja, damit wären wir auch schon durch. Wie gesagt, wirklich nur der eine Schatz, der jetzt endlich entbuggt, ist eher so als Info. Hey, ihr könnt es jetzt machen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ihr möchtet euch keinen Hordenschei erstellen, um das jetzt schief hin zu machen. Mittlerweile funktioniert das auch so. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.